Garnicken Hage Mauburfen Schaukspacke Ich liebe den Wir sind scharf ausgebrochen Jetzt ist es tot und ich hab schon wieder Hammelfleisch im Säckel Sehr cool, es hat geklappt tatsächlich Wir haben jetzt schon Schwaffe, wollte ich sagen Wir haben jetzt Hasen Ja, und sie haben Namen Wir müssen eigentlich noch ganz viele Namensschilder machen Wie macht man Namensschilder? Die kannst du leider nur finden Die sind nicht Die kann man nicht craften, die kann man nur finden Die sind jetzt nicht wirklich uncraftbar Doch, leider ja Verdammte Kacke Okay, dann geh ich jetzt mal auf die Aida und mach Redstone Ich dachte du gehst jetzt in den Keller Irgendwo in den Boden und so Stungeons Habtsschilder Nein, wenn die ein Kind haben, dann erkennen wir es ja noch Schrammel wird erkannt Es kann nur einen Schrammel geben Eben Und das ist unser Schrammel Oh Gott Oh Gott Wir haben uns für alle Ewigkeiten verewigt Mit Schrammel Mit Schrammel So, back to the roots, Kinder Ist der Henne einmal nicht da und dann geht hier echt die Post ab, ey Da geht direkt so ein geiles, schönes, wunderschönes Häschen Schrammel und Schwimmelschwamm Kannst du mal sehen, ey So, ab auf die Aida jetzt Wir müssen das schaffen Jetzt haben wir natürlich, wir haben nur Redstone dabei Aber egal, das kriegen wir hin Was wir jetzt tun müssen Wir müssen von unten Übertragen Wie die Redstone-Schaltung in den äußeren Kabinen ist Ja Okay Das ist ja lustig jetzt Da, dann hau mal rein, ey So, da geht's hoch Wir müssen unbedingt eine Schiene nach oben neu bauen Wieso? Ist die Olding? Dann hab ich diese Lauferei abgefädelt So Euphoria Eigentlich müsste ich da unten hingucken Kann ich mal kurz hier bitte ein Stück Wolle bauen? Das war Sand, verdammte Kacke So, und jetzt können wir mal gucken Müsste doch eigentlich A-Quadrat bis W-Quadrat gleich C-Quadrat 1, 2, 3, 4 sind das genau Von der Seite Ohne Wand 1, 2, 3 Vierte, da ist die fünfte Oh Gott Merk dir, vierte und fünfte Nö Dann gehen wir zwei nach da Oh Mann, oh Mann Konzentrier dich Konzentrier dich, Wolke, komm Konzentrier dich Tu dein Bestes Versuch es wenigstens einmal 1, 2, 3, hier 1, 2, 3, 4, da Hier muss ein Lichtchen hin Dann geht's 1, 2 nach da 1, 2, 3, da Juhu Ist hier noch ein Lichtchen oder was? Oder ist hier die Schaltung? Ah Wo bist du? Ich bin gerade von der AIDA gesprungen und stehe jetzt wieder auf dem Sand Ach, da ist schon die Schaltung Mit meiner hellblauen Hand Weil ja die Texturen meines Skins im Arsch sind Weil ich wieder umgestellt habe auf lustiges Weihnachtspack Weil es ist ja jetzt bald Weihnachten und da haben wir uns ja alle lieb Richtig Wir trinken Glühwein Nicht zu viel Aber wir trinken Glühwein Bisschen geht's ne So ein Liter am Abend ist schon okay Ich komme aber gerade runter Ich bin am überlegen Ob ich zum Kühlschrank gehen soll Um mir ein Gläschen Wein zu holen Ja, hopp, hopp Äh, hopp, hopp Mach ich gerade 1, 2, 3, 4, hopp, hopp Hopsa Macht Sinn, tatsächlich Es funktioniert, okay Na Gott sei Dank, du So, du musst das Ganze jetzt eigentlich spiegelverkehrt nachbauen Ich? Ja Why the fuck me? Because you are my building bitch today Ich bin nur hier und warte darauf, dass du mir Startschuss für deine Glaskuppel gibst Ja, das dauert noch ein bisschen Ach, in Newsfeed hieß es aber, das ist jetzt dran Das ist jetzt auch dran Bald Aber es dauert noch ein bisschen Es ist jetzt sofort dran, dauert nur noch ein paar Jahre Wir haben ja versucht, es schon vor Weihnachten zu schaffen, aber das wird nichts mehr Mal davon abgesehen, weil ich das hier gerade so sehe Bei meinem letzten Großbauprojekt, das ich hier hatte Wann wird denn mal euer Rumpf fertiggestellt? Mach du dir keinen Zagern Weil eure AIDA hat nach wie vor den Arsch offen Ja, ich mach das nur nicht wegen Zuschauern, weil es sonst langweilig ist für die Ich trau mich da nicht dran, weil ich die Angst habe, dass das dann schief wird Ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie eine bestimmte Berechnung hat oder so Äh, ja, es ist halt wirklich nach Bild abgemacht momentan Es hat ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit, ne Und ich Ja Okay, du meinst jetzt hinten den Arsch, ja Ne, allgemein, der ganze Boden ist ja, hoppla, jetzt bin ich wieder runtergefallen, ist ja noch offen Ja gut, da kannst du Auch von der Länge nach Ja Ne, das stimmt, da kannst du an sich, äh, dich frei austoben Allerdings darfst du nicht zu tief gehen Weil wir kommen sonst hinten auf Boden, müssen unter Wasser Boden abbauen Und das will keiner von uns so wirklich Ja, ich weiß halt nicht, wie tief ich hier kann, beziehungsweise ich hier muss Beziehungsweise, was ihr vielleicht eventuell noch vorhabt, hier unten reinzubauen Weil im Moment habt ihr hier ja einen riesen Hohlraum Das kann ja nun so auch nicht bleiben, ne Warte, ich komm mal grad runter, ich guck mir das auch mal an Im Grunde genommen muss hier ja noch Maschinenraum und hast du nicht gesehen rein Richtig, ich komm mal grad runter kurz Ja, komm mal, es war doch mal Zeit, dass du nicht mal ein bisschen runterkommst, Alter Ich hänge die Leitern an der Wand Ja, komm mal runter, ey Ich hab wirklich ein großes Lob Achso, für alle, die gerade zugucken Unser Server ist ab jetzt offen für alle Ihr könnt alle drauf gucken, alle Das ist kein Scherz Nur nichts ändern, oder wie? Die können nichts ändern Ja, also gucken, gucken, aber nicht anfassen Ihr könnt gucken, ihr könnt rumfliegen, aber ihr könnt sogar Kisten öffnen Ihr könnt eigentlich nichts aus den Kisten rausnehmen Könnt nichts bauen Nichts euch craften Keine Shields, gar nichts Also, gucken wir Bist du vorne oder hinten? Bist du beim Auge oder beim Arsch? Ei, beim Auge Beim Arsch ist ja sowieso noch gar nichts Ja, beim Auge hatte ich ja zuletzt trockengelegt Deswegen fiel mir das jetzt gerade ein Aber da ist ja noch einiges mehr, was man trockengelegen müsste Theoretisch Wenn man einen Boden hätte Weil was ich jetzt schon sehe, so wie es jetzt gerade ist, ist es definitiv zu tief Schon Eigentlich wirklich schon zu tief Leider, ja Verdammt Bist du nicht auch? Ähm Ich hab nur das trockengelegt, was da schon war Zumindest jetzt Jaja, das ist schon richtig Aber ich sehe jetzt schon, dass wir hier schon gegen den Boden knallen Und wir müssen hier unten Boden abbauen unterirdisch, was eine Riesenarbeit wird Oder wir bauen sie ein bisschen höher aus Also wir sagen, wir hören einfach hier bei der bestimmten Höhe auf irgendwie, weißt du? Na ja, hier hattet ihr ja noch so ein irgendwie Dingensgedöns zum, äh, da kannst du so runtertauchen Hast du nicht gesehen, weißt du Bescheid? Ja genau, kenn ich Na? Ja, kenn ich Na gut, wir können auch komplett bis unten hin, aber das Boah, das geht halt sau Arbeit, ne? Ja, du musst halt irgendwann schon aufhören hier Ich meine, das ist ja schon ordentlich, äh, hier was an Ja, mehr ist nicht mehr Es sind noch zwei Reihen, die tiefer müssen Dann bist du auf der Endhöhe Wenn du an die Seite guckst, siehst du ja, wie weit Also hier, wenn du hier oben hinguckst Ich hab das ja immer abgemacht, wann die noch eine Biegung drin hat, die Aida Ja, und ab diesem Punkt hier ist die ja schon gerade Da geht's ja nur noch gerade weiter, da musst du eigentlich nur die Linien fortführen die ganze Zeit Ja, ab diesem Punkt muss es auch dann eigentlich gerade laufen Genau Auch ohne rum Dann müssen wir, dann muss es noch zwei tiefer bauen und dann müssen wir den Boden abbauen Ja, bis dahin muss es halt schon noch schief werden Ah, shit Ja, aber gut, das macht ja nichts, das gehen wir ja hin Das ist aber schon eine Menge Arbeit, eine verdammt große Menge Arbeit Also das ist wirklich Ich glaub, das dauert noch mal mindestens genau so, wie die Aida Du hast einen Holzkopf Das sieht so lustig aus, wenn mich ein Holzkopf schlägt Du hast selber einen Holzkopf Hm Es ist aber schön, auf dich einzuschlagen, ohne dass was dabei passiert Das find ich schon sehr, sehr praktisch Das stimmt, die scheiß Kaktus Hast du mir da eigentlich was? Oh, ja Da schon Das geht immer noch So, okay Du hast es verstanden, ja? Ich hab's verstanden Wie es wolle Dem widme, weiß Ach, scheiße Ist das jetzt dein Ernst? Lass mal mehr wolle Du Arschgesicht Der Kaiserpinguin Nils Olaf wurde vom norwegischen König zum Ritter geschlagen Und heißt seitdem Sir Nils Olaf II Nein What the fuck you do? Ich bin runtergefallen Nein, du brauchst halt keinen Kaktus zu retten So Und Kinder, los geht's Weiter mit dem Redstone-Kack Aber das ist dann gleich schon geschafft Dann bauen wir den Boden oben fertig So, dann guck ich mir mal den Dings an jetzt Das ist eine scheiß Arbeit Bei mir sieht Erde jetzt genauso aus wie wolle Weil bei mir sämtliche Erde jetzt schneeweiß ist Weil hier alles Winter ist So, ich geh nochmal nach ganz oben Dann fällt man Fällt man tiefer, wenn man springt Wollte ich sagen Wollte ich gesagt haben Er wollte gesagt haben tun Musst du sagen Dann versteh ich's auch Achso Wo bist du jetzt? Ich bin oben auf der Lieder Ach, du bist oben? Warum geh ich dann runter? Ich verstehe die Dinge nicht, die du tust Ich bin oben, hä? Okay, du kannst auch hochkommen Und kannst spiegelverkehrt das gleiche machen Was ich ja gerade eben gemacht hab Ich weiß ja gar nicht, was du hier machst Geschweige denn, wo du bist Ich bin, äh, vom Schiff aus gesehen Steuerbord Also Steuerbord Ah, jetzt seh ich dich Und, äh, mache hinten die Kabinen fertig Und genau dasselbe, was ich hier mache Müsstest du auch machen Nee, hab ich keine Lust Ich wollte nur mal ein Ei auf dich werfen Jetzt geh ich wieder Und das ist halt echt, äh Das ist dann eigentlich schon fertig Dann kann ich mich hier das Ding fertig bauen Oben Eins, zwei, drei, vier Und dann kommt die Glaskuppel Oha Siehste? Macht alles Sinn Wenn du's sagst, dann wird's so sein Ja, ich glaub auch Zwei, drei, vier Ach, dieses Scheiß Immer zählen Ich hasse das zu zählen Er fällt So wunderschön Wie Kaiser Pinguine Ja, er fällt Ja Drei, vier, fünf Das bin ich tatsächlich Eins, vier, ne? So, scheiße Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich wünschte Ich hätte einen gescheiten Helm Halleluja Dankenswerber ist alles möglich Wünsch dir doch was Ein Admin wird sich sofort drum kümmern Nein, du bekommst nix, du Arsch Ich glaube nicht, ey Bei uns gibt's nichts Das heißt, wir cheaten ja nicht mal Also von daher Naja Muss ja auch nicht Aber so ein Wasser-Affinitätshelm Wär jetzt schon geil Wäre geil, ja, das stimmt Du kannst ja auch Glocken bauen Wasserglocken Glocken? Oh Oh, er hat Glocken gesagt So Okay Jetzt muss ich erstmal gucken Wie weit ich hier Wo ist denn jetzt hier Da muss ich erstmal Verstehst du? Verstehst du, was ich dir sagen will? Ich verstehe, was du sagen willst Ja, ich sehe es genauso Ich hab da kein nicht Werde, ich muss ich erstmal Ist doch klar verständlich Das ist vollkommen Weil irgendwie Finde ich ja auch Hast du recht Irgendwo Irgendwie Irgendwo Oh, dieser Scheiß Kann doch nicht wahr sein 2, 3, 4, 5 Das musste jetzt sein Nein Am letzten Fall ich runter War ja klar War ja klar Was mir das passiert Danke, Volker Bitte So ein Tag So ein Tag So voll für'n Arsch wie heute So ein Tag Ich glaub, ich sauf nie mehr Das stimmt doch nicht Das kannst du sagen, ey Ich kenn dich doch Jihau Ich komm nicht gleich Da gucken Noch ein Gläschen Wein gleich Ach, das ist das weise Wolle Wo sind jetzt die Erde? Ein Gläschen Wein Griechischer Wein Ist wie das Blut der Räde Komm, schenk mir rein Ich kann dir mal ein Ei schenken Oh ja So, hier ist es genau andersrum Weil hier gehen Ich ess auf gerade Scheiße, blöde Idee Das war aber knapp Also hier wär's dann 2, 3, 4, 5 Oh, sind 6 hier Der vertan 1, 4 Ab im Locking for Freedom Fünfte Dann nach links rein Und darüber Es bricht Wasser ein Das hab ich jetzt aber so nicht bestellt Es bricht Wasser in das Board Wir werden untergehen Wir werden alle sterben Haltet euch bereit Die Zeichen sind eindeutig Kalt ist es soweit Soweit Kann man jetzt eigentlich Türen stacken? Ja Das hab ich ja schon ein bisschen geil gerade Da gibt es kein Entrinnen Da kommt nichts mehr ins Lot Jetzt hab ich schon wieder vergessen Was nachzugucken Oh, ich muss schon wieder runter Da ist das Loch Okay Die Party ist zu Ende Bald sind alle tot Auf Schwedisch heißt Mutter Moor Großmutter Moor Und Urgroßmutter Gammel Moor Finde ich sehr gut Finde ich sehr gut Das ist ohne das Wissen für mich Ne, das ich finde Das ist äußerst sinnvoll Zu wissen, dass die Uroma gammelt Ja Äh Geht diese Reihe was dann? Ich glaube, ich kann so nicht arbeiten Aua 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 Ist ja gut Habe ich denn noch ein paar Stickes Oh Gott Oh Gott, ich glaube Das ist gut Oh, ich hab ein ganz, ganz, ganz böses Gefühl gerade Ja Oh nein Du hast verkackt Oh nein Bitte nicht Okay, du hast richtig verkackt Das wäre super, super, super GAU gerade Wenn ich jetzt Wenn meine Berechnungen hier jetzt stimmen Dann ist das komplett falsch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Was zur Hölle hast du getan? Ich kann flennen Okay, er kann flennen Immerhin Oh Die kompletten rechten Räume der Ida sind ein Feld größer als die linken Räume Wer hat sich denn da vermissen? Ich weiß es nicht Alter Ich bin es nicht Ich brauch es gerade sein, als ich es bin Du musst es sein, mein Handy ist aus Mein Handy ist bei Aufnahmen immer aus Ja und Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ich kann das nicht glauben Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob es wirklich stimmt Wir können es doch nicht so verrechnen Wir werden alle sterben Haltet euch für Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Was habe ich eben gesagt? Ich habe dir nicht zugehört Also ich habe mitgekriegt, dass du mit irgendetwas äußerst unzufrieden warst Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es war Also entweder bin ich mega besoffen Also komm Oder ich gucke schief Keine Ahnung Stimmt eigentlich sogar Hä? Wie habe ich denn eben geguckt? Hast du die sechs Flasche schon her? Drei, vier, fünf, sechs Halb, ja Tatsächlich, das stimmt Oh, okay Leben geht weiter Alles gut Ich habe gerade Party-Bug Ich muss überhaupt nichts mehr machen Ich halte mich von alleine an an der Leiter fest und zucke Das nennt man Epileptischen Minecraft-Tiguranfall Ich frage mich nur, ob das jetzt Ich könnte das jetzt eine Weile so stehen lassen Sollte man vielleicht nicht Eigentlich wollte ich diese Leiter hier einfach nur abbauen Das tut er aber nicht Stimmt, du wolltest wieder Was? Ich habe eine unabbaubare Leiter gefunden Rhythmiker failed fast break Try to break blocks Du hast irgendwie Was war es gerade? Try to break blocks Faster than possible Du hast Blöcke versucht kaputt zu machen Schneller als es eigentlich geht Oh oh Und schon wieder Was machst du da? Ich versuche die Leiter abzubauen Und es geht Oh jetzt habe ich sie Yay Die Dauerermahnung von meinem Server Weil ich zu schnell für den Server bin Das finde ich ja geil Da kann ich jetzt halt auch nichts für Oh, das ist so Okay Das stimmt, du kannst nichts für Du könntest aber was ändern Naja, es hat sich halt erledigt Ich muss halt hier Mir Leitern unterirdisch bauen Damit ich irgendwo eine Stelle mit Luft habe In der ich In angemessener Geschwindigkeit abbauen kann Sonst habe ich hier unten keine Chance So Wäre jetzt auch mal gut Wenn wir hier Wenn ich das mache Dann ist da oben Shit 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 What does the fuck say? So, jetzt kann ich hier mir auch mal eine Fackel hinhängen Dann sehe ich hier auch mal was This must be under water love Oh Ist so schön Ich freue mich gerade richtig, dass ich mich mal verrechnet habe gerade Oh, ein Glück Ist irgendwie schon dann ein beruhigendes Gefühl, oder? Ja, vor allem wenn man weiß Hey, ging alles gut Ich bin einfach nur gut Vor allem ist jetzt gleich Können wir das komplette Dach fertig bauen Wow Und dann können wir die Kuppel anfangen Weil dann kommt das erste Deck Was keine Zimmer mehr beinhaltet Eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei Tja, tja, tja Das sind immer zwei hier, oder? Eins, zwei Und drei und vier Steht das Christkind vor der Tür Und wenn es noch morgen immer klopft Mir fällt kein Reib ein Babob Deine Freundin anfängt und tropft Ne, was, wie? Ne, das war jetzt auch falsch Äh Was? Ich bin gerade stumpf wirklich stumpf Ja, versuch ihn bitte mal Der ist gut, der ist wirklich gut Ja Ja, ist klar Scheiße, das macht dir überhaupt keinen Sinn Ich liebe meinen Das hat sich viele Stunden meiner normalen Arbeitszeit kostet, diesen Server einzurichten. Fick dich doch. Was? Nein. Ich finde meinen Ansatz hier nicht. Da und hier. Eins und zwei und drei und... Ich hab Wetzel dabei geworfen. Vier und fünf und sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bäm. Das sind eins, zwei. Das ist korrekt. Ja, du musst dich echt konzentrieren da unten. Eins, zwei. Das waren die Folgen, wo ich echt komplett leise war. Weil ich nicht reden konnte. Ja, das Problem hab ich jetzt nicht so, aber das ist, ähm... I understand what you fucking mean.